Na klar, das hättest du wohl gern. Wifi-Trainings in unserer Firma und noch dazu für EDV. Damit sich unsere Mitarbeiterinnen Wege und Zeiten ins Training ersparen, kommt das Wifi zu uns ins Haus. Mit dem Wifi-Firmenintern-Team vereinbaren wir alle Eckdaten wie Termine und Trainingsinhalte. Trainingsgeräte und Unterlagen nimmt der Wifi-Trainer gleich zu uns mit und baut sie auf. Und dann kann es schon losgehen. So wird die gesamte Trainingszeit intensiv genutzt und Tempo sowie Themen auf unser Team zugeschnitten. Ganz super und punktgenau auf uns abgestimmt. Mit dem fliegenden Klassenzimmer kommt das Wifi-Training auch in Ihrer Firma. Ganz schön praktisch.